Musik Jo moin Leute, herzlich willkommen zum 18. Spieltag der Regionalliga West-Saison 2021-2021 Los geht's heute um 18.30 Uhr Fortuna Düsseldorf 2 unterliegt Alemannia Aachen mit 1 zu 2 Dann um 19 Uhr Preuß Münster gewinnt gegen SC Wienbrück 2 zu 0 Dann um 19.30 Uhr FC Schalke 04-2 Spielt gegen KFC Uerding 05 1 zu 1 Dann morgen um 14 Uhr SV Stree Ahlen gewinnt gegen SC Wienbrück 2 zu 1 SVFB Hornberg gewinnt gegen 1. FC Köln 2 mit 1 mit 3 zu 1 SC Wienbrück 2 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 zu 1 Das geht 2 zu 4 SC Wienbrück 2 zu 1 SC Wienbrück 2 zu 1 SC Wienbrück 1 zu 2 SC Wienbrück 2 zu 1 SC Wienbrjust из LAP arbeiten 2 zu 1 Am 18. Spieltag mit den Positions der Saison 2021-2022 in der Regionalliga West. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns die Däumchen nach oben da. Vergesst kein Abo. Dann nehme ich die Glocke, die nicht vergessen zu geben. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen und Good Kicks. Bis dann. Ciao. Bis dann.